Die Bitcoin-Dominanz ist in den letzten drei Tagen ein wenig gefallen. In einer Phase, wo der Bitcoin ziemlich sidewards marschiert ist, beziehungsweise wo wir einen mittelgroßen Abverkauf hatten, haben die als eine leichte Erholungsrallye gesehen. Und die Frage, die sich jetzt einige wieder stellen, ist, ob das Ganze bedeutsam ist, heißt, ob wir mit diesem kurzfristigen Trend auch in einen übergeordneten Trend übergehen können und ob denn vielleicht eventuell sogar die Phase ist, wo man wieder in Allcoins gehen könnte, weil die Bitcoin-Dominanz eventuell weitersenken würde. Genau da setze ich heute in diesem Video an. Ich gebe euch hier wieder ein paar extrem hilfreiche Tipps, wie ihr dann erkennen könnt, ob denn eventuell eine größere Bewegung noch bevorsteht und wie ihr effektiv euer Risiko minimieren könnt, indem ihr auf die richtigen Bewegungen wartet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Es ist jetzt der 9.9.2019, 16.43 Uhr und wir gehen in diesem Video, wie bereits im Intro schon angekündigt, auf das Thema Allcoins sein, aber auch kurz am Anfang auf das Thema Bitcoin. Wir befinden uns derzeit in einer eher seitwärts bedingten Phase, das heißt, der Markt ist ziemlich unentschlossen. Wir haben auch heute schon wieder einen ziemlich ungewöhnlichen Move gesehen, beziehungsweise für die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, jetzt sind diese Bewegungen eigentlich nicht mehr so unnatürlich, da diese Manipulationen eigentlich vorausgesehen werden. Und ja, möchte mich noch kurz bedanken für die Resonanz in den letzten Videos. Die Anzahl der Reaktionen ist wirklich sehr, sehr hoch und das freut mich natürlich und motiviert mich wieder und deswegen bringe ich auch derzeit so viel Content. Also, vielen Dank dafür. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Wir haben hier wirklich sehr, sehr hochqualitativen Content, sehr rationalen Content, abseits von dem klassischen Krypto-Content, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn ihr gerne mit mir schreiben wollt oder mit unseren Community-Mitgliedern, wir haben ein paar sehr erfahrene Leute in unserer Gruppe, dann kommt gerne in die Telegram-Gruppe, die beitritt oder der Beitritt ist logischerweise vollkommen kostenlos. Ihr müsst nur den Link in den Kommentaren klicken und dann könnt ihr auch schon direkt mit der Community 24 Stunden, 7 Tage die Woche mitschatten. Und wir starten hier noch kurz auf dem Bitcoin-Chart. Ich möchte euch wieder auf ein, zwei Sachen hinweisen. Falls ihr ja mein letztes Video gesehen habt, da habe ich ja ziemlich stark darauf fokussiert oder habe ich euch ziemlich angeleitet, dass ihr in Zukunft darauf achten sollt und auch rückwirkend auf den Charts darauf achten sollt, was passiert, wenn der Markt ziemlich offensichtliche Highs oder Lows aus dem Markt nimmt und gleichzeitig in eine höhere Time-Frame-Resistance rennt sozusagen. Das ist eigentlich so eine Strategie, einmal eins von einem Verhalten, was wirklich sehr, sehr oft passiert und was einfach eine Mischung ist aus Manipulation der größeren Marktteilnehmer. Das heißt, es wird gezielt der Markt nach oben manipuliert, um eben Liquidität zu generieren, um die eigenen Short-Positionen zu füllen. Mehr dazu habe ich im letzten Video erklärt. Also wenn ihr das genauer nochmal verfolgen wollt, bitte das letzte Video ansehen. Aber für alle, die es jetzt gesehen haben, einfach hier wieder der passende Beweis dazu. Wir haben gesehen, wie wir hier ein High etabliert haben. Wir haben hier das letzte High etabliert. Das heißt, die Leute, die jetzt bereits hier im Short sind, bei dieser Bewegung und hier im Short bei dieser Bewegung, die werden exakt mit diesem Wig nach oben ausgestoppt. Wie gesagt, reiner Manipulations-Move, reine Manipulationsbewegung und der Markt dreht danach direkt in die andere Richtung. Das Ganze können wir uns jetzt gleich auf dem höheren Timeframe ansehen. Wie gesagt, der Stop Rate, der sogenannte Stop Rate, das heißt, dass die Stops aus dem Nacken genommen werden, erfolgt direkt auf die höhere Timeframe-Resistance. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz glasklares Resistance-Level hier. Das wurde auch noch nicht berührt seit dem Abverkauf hier. Hier sind wir mal knapp nach oben gegangen mit dieser sogenannten Scam-Candle, würde ich es jetzt bezeichnen. Aber dieses Level hier oben, also dieser horizontale Resistance-Bereich, wurde nicht mehr berührt und dieses Level war schon ziemlich aussagekräftig, da wir von hier 10% abverkauft haben. Das heißt, der Markt marschiert hier hoch, nimmt die Stops aus dem Markt und verkauft dann von hier stark ab. Und was Ähnliches haben wir heute auf der anderen Seite gesehen, auf der bullischen Seite, aber auch ein sehr, sehr ähnliches Verhalten zu dem Verhalten hier oben. Wenn ihr euch den Chart mal hier anseht, haben wir auch hier ganz klar einen Support-Bereich, ganz klar ein Low etabliert. Wir können das eventuell auch noch mit reinnehmen. Dieses Low wird auch aus dem Markt genommen. Hier wird der Markt drunter manipuliert. Das hat zur Folge, dass die FOMO-Short-Seller hier in den Markt stimmen. Das heißt, die Breakout-Verkäufer verkaufen hier in diesen Move mit rein. Der Markt dreht nach unten, stoppt die ganzen Longs aus, also die bereits seit hier Long sind und dann dieser sehr, sehr gewaltige Umkehrschub nach oben, knapp 4% in einer 1-2-15-Minuten-Candle. Das ist genau das gleiche Verhalten, wie ihr hier oben seht, nur auf der umgekehrten Seite. Wir können auch kurz Alt-I drücken, dann sehen wir den Inverse-Chart. Inverse-Chart ist einfach genau der gleiche Chart, nur auf den Kopf gestellt. Und ich denke, man sieht es hier ziemlich gut. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus, oder? Wir haben hier ein High, hier ein High, wird aus dem Markt genommen und dann der Dump. Auf der Gegenseite nochmal hier. Wir haben hier ein High, hier ein High, wird aus dem Markt genommen und dann der Dump. Also solche Chart-Muster solltet ihr wirklich erkennen. Und das sind auch nicht die Chart-Muster, die euch in Trading-Büchern gezeigt werden. Das sind einfach die Muster, die man selber mit langer Chart-Zeit, also mit sehr, sehr viel Screen-Time und einfach mit gängigen Order-Flow-Theorien und auch Verständnissen von Märkten, Spieltheorie etc. mit der Zeit eben lernt. Und bevor wir jetzt zu den Charts wechseln, hier noch eine kleine Einführung auf dem Whiteboard zum Thema Marktstrukturen. Sehr, sehr elementar und sehr, 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 sehr wichtig. Leider fokussieren sich sehr viele Marktteilnehmer und auch sehr viele Anfänger auf tausend verschiedenen Indikatoren, auf tausend verschiedene Systeme, auf Trendlinien, auf Ichimoku-Indikatoren, auf RSIs und was weiß ich, aber vernachlässigen wirklich die elementar wichtigen und grundlegenden Faktoren, die jeder kennen sollte und mit denen man den Markt auch viel einfacher handeln könnte. Generell gibt es im Prinzip drei Phasen eines Marktes. Wir haben einmal den Uptrend, der gezeichnet ist von Lower Highs und Higher Highs. Das heißt, wir haben hier ein Low, hier ein Low und hier die Highs. Der Markt durchbricht diese Highs in einem weiterführenden Trend. Das heißt, sobald wir dieses High hier brechen, wollen wir bei diesem Retracement kaufen. Als zweites Tool können wir uns hier die Fibonacci Retracements anlegen. Das heißt, wir ziehen uns die Fibonacci Retracements von diesem Low zu diesem High und ziehen dann die hier runter. Ich habe auf meinem Chart nur das 50er Level, das 62er Level und das 70,5%ige Level. Wie wir das Ganze einstellen, kann ich euch selber vielleicht noch am Chart zeigen. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Und generell ist dann die grundlegende Ausrichtung hinter so einem Trendmarkt, Retracements kaufen, auf Retracements warten und sobald wir das alte High touchieren, beim alten High wieder einkaufen, falls der Markt tiefer geht, bis zu den Fibonacci Levels nach unten nachkaufen. Ist, glaube ich, für jeden verständlich und auch sehr, sehr klar, aber leider handeln die wenigsten danach. Wir haben dann natürlich genau das Gegenstück, nämlich den klassischen Downtrend und genau diese Struktur seht ihr bei den meisten Altcoins jetzt schon seit Ewigkeiten. Also seit wir damals im Jahr 2017 die Blase hatten und geplatzt sind, haben wir eigentlich diese Struktur. Das ist ganz, ganz simpel. Wir haben eine Marktstruktur, die von diesen Lower Lows geprägt ist und auch die ganze Zeit Lower Highs prägt und das geht eigentlich so tiefer. Was wollen wir hier machen? Falls ihr tradet, wollt ihr diese Bewegung in Shortzellen. Das sind die sogenannten Dead Cat Bounces, die Bear Market Rallys, wie ihr auch immer das nennen wollt. Auf alle Fälle ist das eine Möglichkeit zum Shortzellen. Auch hier, ich habe es extra so gezeichnet, es heißt nicht immer, dass man sofort ab diesem Low nach unten gehen muss. Also es kann durchaus passieren, dass der Markt noch einmal drüber piekst, bevor dann der Stich nach unten erfolgt. Warum ist das wieder so? Einfach wieder das gängige Liquiditätskonzept. Die Market Maker und auch die größeren Trader wissen, dass sehr, sehr viele Leute bei diesem alten Support oder bei diesem gebrochenen Support Shortzellen wollen. Das heißt, die wissen, wenn sie den Markt marginal hier drüber drücken, werden schon wieder einige Trader ausgestoppt und eventuell sogar einige Longs in den Markt gelockt. Also seid euch nicht zu sicher, dass immer ab dem Low direkt abverkauft wird. Auch hier legen wir uns wieder die Fibonacci Retracements an, nur in diesem Fall umgekehrt. Das heißt, von diesem High zu diesem Low. Wir haben dann wieder hier die Retracement. Das heißt, wir wollen konkret bei 50% verkaufen, bei 62% und bei 70%. Das Ganze zeige ich euch dann noch am Chart genauer. Aber das ist einfach so, die grundlegende Struktur des Downtrends und die grundlegenden Strukturen des Uptrends. Wenn ihr wirklich nur danach handelt und dazu vielleicht noch zwei, drei EMAs mit reinnehmt zur Trendfolge, dann kann ich euch fast schon garantieren, beziehungsweise garantieren ist das falsche Wort, garantieren kann man im Trading eigentlich nie was, aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit outperformt ihr schon 70 bis 80% der Marktteilnehmer. Weil generell sagt man sowieso, dass 80% bis 90% sowieso regelmäßig verlieren. Und wenn ihr euch wirklich nur ein simpler Trendfolgerregel handelt und dann übergeordnete Trends, dann würdet ihr mal die verlierenden Trader schon outperformen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt dadurch großen Reichtum anhäufen würdet. Dazu kommen noch ganz andere Faktoren hinzu. Aber ihr werdet schon mal über einen Großteil der verlierenden Trader sozusagen anzusiedeln. Dritte Phase ist die Phase, die wir jetzt beim Bitcoin haben. Und das ist eine der Phasen, wo die meisten Leute viel Geld verlieren, weil wir hier eine Range Phase haben. Das heißt, wir rennen regelmäßig unter Lows, um die Marktteilnehmer auf der Long Seite zu trappen. Wir gehen dann regelmäßig wieder drüber. Das heißt, die Leute sind dann wieder hier im Markt. Wir gehen dann wieder auf die andere Seite, nur um dann wieder drunter zu schließen. Der Markt akkumuliert oder je nach Phase distributiert. Also ist eine Distribution oder Akkumulation. Akkumulation heißt Kaufphase bevor den nächsten Mark ab. Distribution heißt Verkaufsphase. Das heißt, die Leute, die hier unten gekauft haben, werden hier ihre Positionen los und verkaufen dann hier nach unten. Das ist eine sehr, sehr schwierige Phase zu traden, da man hier nicht wirklich Trends festmachen könnte. Ihr seht schon hier, es wird regelmäßig der Trend gebrochen und der übergeordnete Trend ist eigentlich seitwärts. Das heißt, es ist keine Phase, wo ihr wahnsinnig aktiv sein wollt oder aktiv sein sollt. Generell wären das unsere drei Grundkonzepte, die drei Grundkonzepte, die ihr alle kennenlernen sollt. Und wir wechseln jetzt mal auf den Chart, wir wechseln jetzt konkret auf den Euro-Dollar-Chart. Ich habe mir den Euro-Dollar-Chart ausgesucht, weil der Euro-Dollar ganz klar dieses Muster hier am schönsten repräsentiert und ich würde sagen, wir switchen jetzt direkt rüber. Und ich habe mir jetzt hier, wie gesagt, den Euro-Dollar ausgesucht, da wir hier wirklich zwei sehr, sehr schöne Trends haben zum Nachkommentieren. Wie ihr hier seht, haben wir hier das klassische Verhalten, was ich euch vorher eingezeichnet habe. Immer das Fibonacci Tracement nehmen vom Low zum High. Der Markt piekst genau hier hoch und verkauft dann von hier ab. Aber diese Seite interessiert uns jetzt eher weniger. Ich bin hier im Replay-Modus, das heißt, wir können uns die Bewegungen vom Jahr 2017 ansehen und wir hatten hier einen sehr, sehr starken Abtrend des Euro-Dollars. Das Ganze hat hier begonnen, indem wir dieses High aus dem Markt nehmen und das heißt, wir haben hier bereits das letzte Low etabliert. Hier war das letzte Low des Bernmarktes. Wir gehen dann ein Low höher, das heißt, wir haben hier das erste Higher-Low und wir haben dann hier ein High, was wir hier brechen. Das heißt, ab hier gehen wir offiziell von einem Uptrend aus. Wir haben hier das nächste Higher-High und was passiert dann? Wir kommen hier zurück und der Chart geht stark nach oben. Was ihr hier jetzt sehen werdet, ist ein sehr, sehr brutaler Uptrend. Das heißt, ihr habt hier wenig Chancen einzukaufen. Das Ganze sehen wir beim Bitcoin auch sehr, sehr häufig und haben wir auch im Sommer sehr, sehr oft gesehen. Das heißt, keine Chancen auf einem Tracement, keine Chancen einzukaufen. Zum Beispiel laut meinem System oder laut der Strategie von Field-Tradern würden einige auf dieses Level warten, um einzukaufen. Was macht der Markt? Der Markt kommt hier zurück und verkauft wirklich marginal vorher ab und dann keine Chance mehr einzusteigen. Klassisches Verhalten in einem brutalen Uptrend und wollte ich euch mal zeigen. Das heißt, wenn ihr hier nicht schon drin seid, ist es danach schwer, wirklich in den Move reinzukommen, außer ihr kauft wirklich mit weiterem Stop-Loss, was hier auch relevant wäre, zum Beispiel ist, dass wir dann dieses High aus dem Markt nehmen, aus dem Bärenmarkt und auch dieses High und hier seht ihr dann den nächsten Retest, nämlich effektiv von diesem High. Das Ganze ist natürlich wieder hier drüben, sieht man ganz eindeutig, wir haben hier im Bärenmarkt ein Hoch geformt, was macht der Markt, nachdem er durchbricht? Er kommt zurück, konsolidiert bei diesem High und geht dann höher. Und wir klicken jetzt mal weiter. Markt kommt bei diesem Level hier nicht ganz durch, das heißt, ihr seht, wie wir hier konsolidieren, ein sehr, sehr wichtiges Level für den Markt. Wir treffen es hier noch einmal und hier, wie ich schon oft angekündigt habe oder wie ich tausend mal erwähne, der klassische Manipulations-Move, nur dazu da, um Liquidität im Markt zu holen. Wir haben hier einen Touch, wir haben hier zwei Touches, Leute sind schon long positioniert, also die Trader sind schon long im Markt. Der Markt greift kurz darunter, nur danach stark nach umzugehen. Dann haben wir hier das nächste High, das High wird durchbrochen, wir kommen zurück, gehen wieder hoch. Und hier wird es jetzt interessant, denn hier sehen wir jetzt eine klassische Distributionsphase. Wir sind hier am Ende dieses Bull-Marktes und auch aufgrund von technischen beziehungsweise fundamentalen Indikationen innerhalb der Eurozone, stärkerer Dollar, FED, hohe Zinsen, EZB, nötige Zinsen. Wir haben hier ein Distributionsmuster. Wir haben das hier gesehen, dass wir hier es nicht mehr schaffen, neue Highs zu machen. Wir schaffen es hier sogar nicht mal mehr an diese Highs ranzugehen. Das heißt, wir haben hier diese klassische Distributionsstruktur, die ich euch vorhin gezeigt habe bei der Zeichnung. Das heißt, alle Leute, die den Trend bis nach hier umgeritten haben und vor allem die Big Big Boys, die werden hier oben mit der Repositionen los. Und die werden mit der Repositionen langsam los, da wenn sie den Markt auf einmal, wenn sie ihre Repositionen auf einmal abstoßen würden, dann würde der Markt stark nach unten brechen, was wir dann hier sehen und sie würden einen viel tieferen Preis bekommen, als wenn sie eine Distributionsstruktur nutzen. Der Markt trendet dann hier in den Downtrend über in den Bernmarkt und auch hier wieder sehr, sehr brutaler Trend. So gut wie keine Retracements. Wir haben hier ein Retracement und das wird von der 200er EMA abgefangen. Also die 200er Tages EMA ist wirklich eine der wichtigsten Indikatoren, die ihr am Chart haben solltet. Einfach zur Trendfolge. Wenn ihr da gleich sehen, wie wichtig die noch ist. So, der Markt versucht wieder hier hoch zu kommen, das heißt, hier wäre das erste Retracement gewesen von diesem Level aus. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Struktur, wo wir das letzte Low hier hatten. Der Markt hat hier Support gefunden. Der Markt kommt hier zurück. Wir sind bearish. Der Markt verkauft ab. Wir ziehen uns unsere Fibonacci Levels an. Wir kommen hier hoch. 70,5% Level, 62% Level, das heißt Gold Pocket, verkaufen hier wieder ab. Es geht weiter. Die 50er EMA hat den Markt, das heißt auch hier ein wichtiges Tool zur Trendfolge. Markt probiert hier mehrere Tage durchzustechen, schafft es nicht, kauft dann stark ab und hat dann wieder diesen Fake Move, bevor der Markt tiefer geht. Das ist genau wieder dieser Move hier. Einmal die Longs ausstoppen, die bereits hier im Long sind, den Markt sofort wieder nach oben drehen, ähnlich wie hier. also diese ungefähre Inverted Head & Shoulders Struktur, die ich aber nicht so bezeichne. Hier seht ihr das. Hier seht ihr das. Beim Bitcoin sieht man das auch wirklich sehr, sehr oft. Also wirklich Struktur, die ihr kennen solltet. So. Wir haben es geschafft, diese Konsolidationsphase zu beenden. Das ist wie gesagt wieder die Phase, wo wir keinen Trend haben, die ich euch vorhin auch aufgezeichnet habe. Wir haben hier weder ein neues High, wir haben hier kein neues Low. Wir haben zwar hier ein neues Low, aber der Markt reversed hier stark und das kann ich mich noch erinnern. Das war letztes Jahr im August. Ich glaube, es war passierend auf fundamentalen Nachrichten, aber auf alle Fälle war ich darauf auch nicht vorbereitet. Ich war sehr, sehr bearish auf den Euro, habe ihn hier geshortet und dann kam wieder diese Scam-Bewegung gegen den Markt, aber kann man natürlich auch wenig dagegen machen. Und hier wieder, ihr seht wieder die Wichtigkeit der 200 EMA. Markt kommt hier hoch, verkauft ab. Hier jetzt die ganz, ganz schöne Downstream-Struktur. Relief Rally, Abverkauf. Relief Rally, Abverkauf. Relief Rally, Abverkauf. Ich sehe sogar hier, wir kommen hier ein wenig über das Side rüber, aber der Downtrend bleibt bestehen. 50 EMA, Trendfolge-Tool, Abverkauf. Weitere Abverkauf von hier, stoßen uns kurz drüber, kommen kurz auf die 200 EMA hoch und verkaufen wieder ab von hier. Wir haben hier eine ähnliche Herr- und Schulter-Struktur, wie bereits im Vorhinein erwähnt. Das ist wieder so ein klassisches Liquiditäts- Grappen aus dem Markt. Diesen Move habe ich, glaube ich, sogar getradet. Den Euro-Dollar-Move, das war heuer. Da habe ich rein spekuliert auf diesen Fake-Breakout, um danach diesen Move zu verkaufen. Das war, glaube ich, auch fundamental bedingt, dass wir hier diesen Breakout gesehen haben, nach einer Dollar-Schwäche, dann der starke Abverkauf und die Downtrend-Struktur geht weiter. Das heißt, wie bauen wir denn jetzt die Brücke zu den Alts? Die Alts haben alle diese Downtrend-Struktur. Also da brauchen wir gar nicht weit durch die Bank schauen. Wir haben überall die Struktur, bei der wir Lower High sind und Lower Lows. Und die Frage, die sich Leute jetzt stellen, ist, wo sollen sie denn jetzt Alt-Positionen eröffnen? Wir gehen hier kurz auf den IOTA-Chart, der IOTA-USD-Chart von Bitfinex, der hat mehrere Daten und wir sehen zum Beispiel hier, was konkret passiert ist mit diesen alten Lows. Wir haben hier das erste Mal gesehen, dass wir dieses Low testen, das heißt, wir hatten hier eine sehr, sehr, sehr starke Bärenmarkt-Rallye. Die Leute waren schon wieder stark euphorisch. Der Markt knapp 100, 9% im Plus und dann sofort darauf der Abverkauf von diesem alten Low, das heißt, die bärische Struktur wurde fortgesetzt. Wir haben dann hier den nächsten Versuch, darüber zu schließen, das Ganze auch wieder wenig erfolgreich, obwohl wir hier sogar ziemlich, ziemlich stark ausgesehen haben, aber dennoch sehr, sehr starker Verkaufsdruck von oben. Der Markt kommt hier her in das Supply-Level, schließt dann sofort wieder drunter, so nach diesem 3-Tages-Zyklus, ist er sofort wieder unter diesem Low, seht ihr das? Und dann wird es eben wichtig zu sehen, was das für den Einfluss hat. Der Markt probiert dreimal hier durchzukommen und schafft es dreimal nicht, wird abverkauft. Wir haben einen extrem starken Anstieg gesehen bei IOTA, die Leute waren schon wieder sehr, sehr bullish auf diesen Altcoin, 150% im Plus und allein von hier schon wieder minus 50%, wenn ihr hier gekauft hättet. und wir sind gerade hier im Vergleich sieht diese Rallye jetzt natürlich noch gar nichts aus. Die Frage, die sich jetzt viele stellen oder die ihr euch stellen werdet ist, wie merkt ihr denn dann, ob ihr konkret einkaufen sollt? Und was ihr sehen wollt, ist, dass ihr eine Zone wie diese zurückerobert. Wenn ihr das seht, dann ist Feuer frei, dann könnt ihr eure Positionen öffnen und dann könnt ihr auch größeres Risiko nehmen, da ihr viel, viel enger euren Stopp setzen könnt. Auch als Nicht-Trader ist das sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ihr habt ein sehr, sehr enges Invalidationslevel. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier irgendwie kaufen würdet, okay, ihr könntet vielleicht noch sagen, okay, wenn wir dieses Low brechen, dann gehe ich raus. Aber es ist schon kein gutes Risk-to-Rot-Verhältnis, da keiner weiß, ob aus diesem Coin überhaupt noch was wird. Sollten wir aber dann die Situation haben, dass wir hier drüber brechen, dann habt ihr eine ein Ereignis, das an ein anderes Ereignis herankoppelt. Das heißt, bevor ihr in den Markt geht, wollt ihr sehen, dass Ereignis 1 eintritt, nämlich, dass wir hier drüber brechen. Ihr wollt, dass wir auf diesen Support rennen, dass wir diesen Support halten und dann könnt ihr hier long in den Markt gehen. Das heißt, ihr habt dann hier das nächste High und könnt hier konkret dann euren Stop-Loss ansetzen, sodass ihr euer Risiko massiv reduziert. Denn sobald wir hier drüber sind, gibt es keinen Grund mehr, dass wir einfach noch mal nach unten gehen, weil wir dieses so wichtige Level, das den Downtrend diktiert hat, durchbrochen hat. Was ähnliches haben wir auch beim XRP Bitcoin-Chart, glaube ich, gesehen. Das Ganze ladet jetzt gerade noch kurz. Wir haben hier den übergeordneten Downtrend und hier sehen wir es wieder bei der 50er AMA. Wir haben einmal geschafft, diesen Support zu halten. Das heißt, es war ein sehr, sehr wichtiger Support aus dem Jahr 2018. Starker Bounce von Ripple. Die Leute wohnen hier schon wieder euphorisch. Das heißt, wir hatten hier knapp, ich schätze mal, 50 Prozent, 60 Prozent plus. Sehen wir uns gleich an. Ja, 40 Prozent plus. Wie gesagt, sehr, sehr starke Euphorie der Backholder. Die Backholder sagten sich, der Markt ist zurück. Der Markt kommt auf diese Supply Level hoch. Wir haben hier ein ehemaliges Support Level, das hier gehalten wird. Wir haben die 50er AMA unter uns. Das heißt, auch die Tages-AMAs sind ein sehr, sehr wichtiger Trendindikator für euch. Solange wir nicht über diese Tages-AMA brechen, über die 50er, ist mittelfristig gar nichts bullish. Genauso die 200er AMA. Solange wir nicht über die 200er Tages-AMA pushen, ist langfristig gar nichts bullish. Die nächste XRP Relief Rally war hier. Ja, wir haben auch hier einen starken Anstieg. Die Leute wurden sehr, sehr bullish hier und im Vergleich zu diesem Bounce, den wir jetzt hier gesehen haben, sind die Bounces, die wir momentan haben, eigentlich noch gar nichts und die Leute werden schon wieder bullish, was ich absolut nicht verstehen kann. Wir kommen hier hoch, wir haben hier wieder das letzte Low, wie ich es euch gezeigt habe vorhin bei meiner Handzeichnung. Wir können uns auch hier die Fibonacci Retracements anziehen von diesem High hier nach unten. Das heißt, wir haben hier wieder dieses 60%, 70% Level und verkaufen dann von hier wieder stark ab. Zusammengefasst, was wollt ihr sehen? Ihr wollt sehen, dass ein sehr, sehr wichtiges Support Level wieder zurückgeholt wird. Bei Ripple, wenn ihr jetzt meine persönliche Meinung hören wollt, wenn ich wieder interessiert wäre an einem Chart oder in dem Fall Ripple, ich werde kein XRP kaufen, aber generell von der Struktur her wäre ich zum Beispiel bei Ripple interessiert an diesem Level. Das ist jetzt sehr weit oben und einige werden sich denken, bis wir dahin sind, haben wir den meisten Run verpasst. Gut, es sind 60%, die bis dort oben gemacht werden können, aber ihr habt dafür auch einen sehr, sehr, sehr großen Anteil an Risiko reduziert. Und im Endeffekt geht es ja nur ums Risk to Reward. Es geht nicht darum, einen potenziellen Gewinn, sondern wie wahrscheinlich dieser Gewinn ist und wie viel ihr riskiert. Je geringer das Risiko, desto mehr Sinn und desto mehr Nutzen stiftet euch die Position auch. Das heißt, ich kann, ich habe die größte Geduld der Welt. Ich warte erst mal auf dieses Low hier. Sobald dieses Low durchbrochen ist, kann ich mir überlegen, vielleicht eine kleine Anti-Fomo-Position zu eröffnen. Das heißt, eine Position, die relativ klein ist, kein großes Risiko hat, aber dennoch im Markt ist. Falls der Markt von hier groß aufsteigen würde, wir haben dann hier das nächste High. Sobald wir hier dann drüber brechen, können wir schon ein wenig bullish werden und sobald wir dann hier drüber brechen, kann die gesamte Position eröffnet werden. Das heißt, ihr könnt hier rein compounden. Das heißt, sobald ihr hier bereits im Markt seid, könnt ihr euren Stop immer gemächlich nach oben trailen, währenddessen zur Position dazu adden. Das heißt, neu dazukaufen, während ihr das Risiko reduziert. Das ist ganz klassisch im Trendfolge-System eine Strategie, die verfolgt wird und das wäre eigentlich konkret das, auf was ich warten würde. Gepaart vielleicht noch mit den EMAs. Das heißt, wenn die 50 EMA brechen würde, wenn die 200 EMA brechen wieder im Tageschart, dann würde ich meine Meinung zu diversen EMAs stark ändern. Aber solange wir noch drunter sind, gibt es da nichts zu ändern. Auch am 12-Stunden-Chart sehen wir hier wieder, wie wichtig die 50 EMA als Trendfolge-Tool ist. Wir haben hier ein Low gesehen, das Low durchbrochen, das heißt, wir bleiben weiterhin bearish. Wir haben hier das nächste Low. Der Markt probiert, hier durchzugehen, schafft es zweimal nicht. Wir bleiben bearish, wir verkaufen ab. Wir haben hier das nächste Low. Der Markt probiert durchzugehen, er schafft es nicht, wir verkaufen ab. Das heißt, ihr habt absolut, absolut keinen Grund, im Markt zu sein, solange wir nicht mindestens über hier brechen. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende dieses Videos. Ich möchte mich bei eurer Aufmerksamkeit bedanken und auch für euren Support in den letzten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst mir gerne einen Like da, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir euer Feedback, schreibt mir gerne auch eure Kritik in den Kommentaren, wenn euch was nicht gefallen hat. Hier im Hintergrund noch die Banner zu meinen Kanälen. Ich habe einen Telegram-Kanal und habe auch einen Twitter-Account, wo ihr mir sehr, sehr gerne folgen könnt, wenn ihr natürlich wollt oder wenn ihr Interesse daran habt. Und ja, in nächster Zeit werde ich versuchen, so mindestens zwei bis drei Videos die Woche zu machen. Zwei werden es mindestens sein. Beim dritten ist es immer eher schwierig, wie ich zeitlich dazukomme. Ich habe ja auch selber mit dem Trading und den ganzen anderen Sachen nicht noch so mache, ziemlich viel zu tun und auch ziemlich viel um die Ohren. Deswegen ist es immer von der Zeit her oft ziemlich knapp. Aber ich versuche immer mindestens zwei Videos zu machen. Das heißt, Montag und Mittwoch sind so Tage, wo ihr euch immer ziemlich fix auf ein Video einstellen könnt. Deswegen auch immer der Hinweis auf die Telegram-Gruppe, weil dort frage ich eigentlich immer gezielt nach, was die Leute sehen wollen. Und lasst mich dann eben von Vorschlägen beeinflussen und baue dies ins Video ein. Und ja, das wäre so der generelle Ausblick jetzt für das Ende des Jahres. Vielleicht wird es auch nochmal mehr Videos geben, Richtung 3 bis 4 die Woche. Aber ich denke, es ist absolut nicht notwendig. Qualität über Quantität sagt man ja so schön und das versuche ich auch hier weiterhin beizuhalten. Bis dahin, wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Wochenbeginn. Euer Chris, bis zum nächsten Video, voraussichtlicher Mittwoch.